Du willst die beste Qualität bei YouTube haben? Ja, dann guck mal einfach, wie das geht. Du gehst auf Datei, Eigenschaften, füllst alles aus, was ich ausgefüllt habe. Bei Framerate kannst du dir selbst entscheiden, was du haben möchtest. Ich habe NTSC verwendet, weil meine Kamera genauso aufnimmt. Sollte reichen von der Zeit. Dann, wenn ihr das Video fertig gedreht habt, fertig editiert habt, geht ihr auf Rendern als und sucht euch WMV aus. Dort erstellt ihr euch eine Vorlage. Und in der Vorlage nehmt ihr die beste Musik, die beste Qualität der Musik, geht bei Video und nehmt auch das Beste, was es nur gibt. Bei der Framerate nicht vergessen, wählt ihr das aus, was ihr haben wollt. Bei der Bitrate wählt ihr 6M aus. Das reicht vollkommen aus für die beste Qualität. Bei Projekte geht ihr zu Videorennen der Qualität und wählt optimal aus. Auch das ist besser als geil. So, und das war's. Ihr drückt auf den Rändern, braucht nur noch einen Namen. und es wird gerendert nach einer halben Ewigkeit wird das Video fertig sein und ihr seid überglücklich und könnt euch erstmal nochmal damit beschäftigen das Video hochzuladen und nochmal mehrere Stunden zu warten danke fürs zuhören und subscribe bis zum nächsten Mal